ja unter und herzlich willkommen zurück zu jetzt wird er wird mein Leben ist schon lauter denn ich merke immer dass der Ton immer er in meiner Stimme untergeht so ich bin neue Weltordnung mit dem spiel ich sind die Laufenthal ich spiel mit dem drachen klar weil ich mal mit dem drachen klar spielen will heute können wir da sogar ganz hoch stellen hohohohoho okay Einheiten die nicht verkauft werden können auch was ganz Neues Motor los ein 700-Punkte-Arbeiter so hier Sperrwürfelammerei alles hab ich cool zwei Gatling-Reiter und Trike könnte ich nehmen ja ich nehm noch einen Trike mit was doch Mission starten Kasloff oha der Junge erinnert mich daran die ich selbst in seinem Alter war optimistisch fleißig hilfsbereit unkonventionell begeisterungsfähig hätte ich ihn nur früher getroffen er ist überzeugt dass wir den Feldgenerator zum Laufen bringen können und mittlerweile bin ich geneigt ihm zuzustimmen allerdings haben wir noch Schwierigkeiten die Maschine mit den nötigen Daten zu füttern Bela hat mir von einem neumodischen Wunderding erzählt dass solche Berechnungen um ein Vielfaches schneller durchführen kann als ein Mensch ja selbst schneller als ich es heißt kom irgendwas aber so etwas habe ich noch nie gesehen ob die Seas so etwas haben ich glaube nicht immerhin funktionieren elektrische Geräte hier nicht aber wer weiß vielleicht haben Babbitt und seine Leute unter all dem Teufels Zeug ja auch einen Apparat gebaut der zu mehr Nutze ist als für Tod und Zerstörung oder der Junge hat eine Idee wie man einen stromlosen ähm äh komm äh Pruter baut Pruter ein Komm Pruter Cool Glaubst du sie wird funktionieren? Natürlich funktioniert sie falls deine Berechnung stimmt das ist sehr komisch du Küken allerdings hoffe ich wir finden auf dieser Insel ein äh wie heißt das Ding noch? äh Computer der für die Berechnungen ausreicht Babbitt nutzt seine Differenzmaschine zur Steuerung der Düse wir müssen also nur in das Innere des Kraters gelangen in den Krater? hm klingt nach einer echten Herausforderung ich weiß du würdest das lieber im Kopf ausrechnen aber so viel Zeit haben wir nicht ok oh cool das schwankt jetzt mal auf 30 FPS cool ich habe eine Idee wieso kommt die Musik vom Nordsvolk? ich würde mal sagen komm gelandet schon stehen die Seas vor der Tür möchtest du unsere lieben Gäste nicht herein bitten? auch cool ich habe ein paar das ist also mein Gatling Reiter tot meine Arbeiter sind unverletzt cool ich brauche die Sägewerk würde ich mal sagen das Gratschlauf und Sägewerkbau ich will euch helfen hallo ey der hat 300 Lebenspunkte oh das ist schlecht euer Befehl mehr als nur schlecht würde ich behaupten hier ist eine Menge Stein und hier unten das ist die Molochs das ist das ist mir egal für einen Moment zumindest was ist zu tun ich schweige und gehorche hier geht gerannt die ganze Zeit eine Melodie durch den Kopf euer Befehl und zwar einfach die Melodie von du hast euer Befehl das ist übrigens von Rappenstein und ich höre Rappenstein Rappenstein ist cool bei dieser Part von du hast mit diesem du hast mich gefragt du hast mich gefragt du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt du hast mich gefragt dann kommt wieder so Gitarrensolo oder so was du 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 und so was wünscht ihr? was wollt ihr? Formation? ich will euch helfen er hat gesagt alles klar ja bitte kräftliche Entscheidung geht los wird mein Hältchen hier mal so einen kleinen Ausflug machen Platz da glaube ich hätte er das hier so auf die vierte Stufe bringen wollen hat 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 ja für dich Motor los Motor los so 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 blablabla ja das muss jetzt sein Stehe bereit muss auf jeden Fall da oben hin okay macht euch bereit sie ist hier mit großer Pflanzen vor sehr schnell das war so gut so gut alles klar ich gehe vor wenn es sein muss ich komme wohnst du schon oder lebst du noch ja gerade seltsame Geräusche komm zur sache komm zur sache komm zur sache mach ich ich komme ich komme ja geht's los komm zur sache wohl an bist du das coal schätzchen oh jemand ganz anderes hallo hallo ich bin 125 mein mein hobby ist kurvendiskussion ich mag aber auch schuss wach bist du das schätze mein hobby ist kurvendiskussion ok okay auf jeden eine kluge entschuldigt komm zur sache wenn es sein muss Zur Sache, Schätzchen. Was ist zu tun? Nächste Aufgabe. Jederzeit bereit. Gerne. Ich komme. Der Gazelov, Tazelov. Tazelov erinnert mich irgendwie an Gazelov. Aus, wurde vorkauft. Das ist der Typ, der Orgrimma erbaut hat. Die uneinnehmbare Festung. Oh, der Orgrimma nicht schon erst einmal eingenommen? Ach, das war nur ein. Fehlschlag. Das war nicht gewollt, dass Orgrimma eingenommen wurde. Nicht eingenommen, sondern angegriffen, ja? Ihr Bedenken. Aber na gut. Ähm, nachdem Garrosh da so lauter Scheiße gemacht hat, war er irgendwo selber schuld. Das war dann klar. Aber na gut, wenn wiederum die Allianz plus Horde da angreifen und es tun, dann ist es klar, dass wir irgendwo hier Dings einnehmen können. Oh, Grimma. Wenn die gemeinsam angreifen, also. Ich habe ein Lied. Ich glaube, ich baue mir hier erst mal so einen Ball hin. Habe ich gerade beschlossen. Hey, wo erwartet ihr? Ja, bitte. Eine Krüge. Hm. Wenn es sein muss. Platz da. Auf dem Weg. Na ja, kriege ich den Gatling. Was gibt's? Schützen. Komm zur Sache. Hallo. Stimmt, ja, stimmt, ja. Ich führe die Kraft. Was wünscht ihr? Wie kann ich euch dienen? Ja, was wollt ihr? Hocus Pocus. Bereit. Euer Wunsch ist mir befehl. Affiniert. Was gibt's zu tun? Was gibt's zu tun? Tasselov kann ihn aber auch nur so die olle Giftfalle bringen. Eine kluge Entscheidung. Nächste Aufgabe. Der kräftliche Entscheidung. Nächste Aufgabe. Was gibt's? Ja, ich werde Bela wieder aufstufen. Der bringt wenigstens noch Gatling-Schützen. Gatling-Schützen, auftrainiert. Ich habe eine Idee. Ta-ta-ta-ta. Gatling-Schützen, auftrainiert. Gatling-Schützen, auftrainiert. Ja, ich werde. Der kräftliche Entscheidung. Auch T Notre-Tate-Tate, auftrainiert. Der kräftliche Entscheidung. Gatling-Schützen, auftrainiert. hier gibt es zu wenig Holz für meinen Geschmack es gibt aber auch Leute die lachen mir zu viel für meinen Geschmack hier gibt es genug Holz ja ich weiß dass sie die Lagerkapazität für Nahrung erhöht hat aber ich schweige und gehorchen werden sie doch irgendwo gefälligst woanders hinbauen irgendwie hierhin können sie dir noch ihre Reichsfelder außen rum bauen zu diensten zu diensten euer Befehl ich schweige und gehorche zu diensten zu diensten euer Befehl ich hab da Angst aber ja